Kann mir nicht passieren. Genau, jetzt rennt es wieder das Weizen runter. Bis jetzt hatte ich einen Baumsturm, aber den habe ich abgeschnitten. Okay. Wo ich hängen geblieben bin. Da sind halt schon ziemlich viele. Ich weiß halt nicht ob der Drescher hängt. Vielleicht rappelt er auch drüber. So wie die Geräte jetzt. Ich glaube das Abstand hat auch schon viel gebracht. Weil auch der Mähwerk ja nicht so oft hängen geblieben ist. Ja. Gut das mit Drescher hätte man theoretisch so auch testen können. Wie meinst du so auch? Dabei einfach drüber fahren. Mit Gesinken in Mähwerk. Okay. Müssen wir. Ja dann wenn man was anbaut ist man nicht. Okay. Wir können ja jetzt auch nicht sonst weg machen. Also sehr wurscht. Ja ja. Wir müssen sowieso wenn es gewachsen ist. Dann müssen wir es dann ausbessern beim nächsten Gruberdurchgang. Das ist dann auch eine große Frage. Aber schon mal gut dass die Helfer da gehen dann. Ja gut Helfer habe ich mir eh gedacht das geht. Aber du kennst Helfer. Die manchmal sind. Ja ja. Aber es ist dann besser als nichts. Ja gut. Wenn die Helfer gar nicht funktionieren hätten dann hätten wir sowieso die Karte weggeschmissen können. Stimmt. Da wäre das Projekt gescheitert. Weil es scheitert nicht aber es wäre halt viel kleiner. Ja. Das stimmt. Viel viel kleiner. Ja. Bitte? Oh ja, die Bäume verfolgen uns. Die los. Und die werden wir mit Bücher verwechselt haben. Ja. Die die zuerst. Die untergehen die Läden. Więks. Oh ja. Die die zuerst. Ich weiß nicht, dass sie nicht in der Dienste. bei der fläche sind schon abartig viele baumstümpfe weil der wald dort war ist auch krass dass man den stein einfach so weg das ist dann nur meine textur quasi merkt man schon auch wenn man drüber gefahren ist in der schade dass nicht alle steine weg sind kannst du nur wenn der ersten wachstumsstufe nutzen ok wenn sie jetzt raus sprießt müsste man drüber stricken aber jetzt ist die erste wachstumsstufe jetzt ist schon schau mal nach 0 uhr der bei dem berg tut es sich schwer rauf ich bin gespannt ob das der dresche schafft das ist dann wenn man helfe haben kannst du jetzt nicht sagen helfe runter da bleibt dann hängen ich bin gespannt ob das funktioniert ich bin gespannt ob das funktioniert Kannst du dir sagen, welche Richtung du fahren soll? Ja, stimmt. Kannst du das nicht eh auch schon aktivieren können? Ja. Geht dann, du musst das jetzt auch schon. Weil das auch ja einzeichnet ist. So dann, wie ruf ich das jetzt auf? Wir müssen da wieder die Kurztaste für Curseplay oder was wir da... Fuck. Ist der Maus da? Ja. Ja, jetzt habe ich noch nicht aufsichtlich alles ausgebild. Aber rechte Maustaste funktioniert da bei mir nicht. Irgendwas ist eingeschaltet. Man muss dir irgendwas ausschalten, damit man das machen kann. Rechte Leidza. Ja. Aber warum ist das denn jetzt nicht? Wenn das nicht geht. Ja. 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 Oh, it's on the way. Stimmt, halte ich mir jetzt nicht auf. Aber wenn Cursewil funktioniert, könnte man das Silage einsammeln, dann könnten wir gleich weiter dann dort gruben. Wie meinst du weiter gruben? Ich dachte, das war's mit dem Feld. Ja mit dem Feld, aber wenn wir Gras anbauen, müssen wir auch dort gruben. Ach so, so meinst du das. Ich weiß, bei mir war's auch rechte Maustaste, aber ich musste entweder Autodrive oder so irgendwie ausschalten, damit das Feld kommt. Das Feld kommt? Dass das Feld sich aufmacht für den Kurs. Ja, dann tue einfach Autodrive schließen. Ich hab ja nicht damit gehofft. Ja, aber weil wir dann unklärtlich erklären. Ich musste Autodrive schließen, damit ich Cursewil einschalten kann. Ich glaub, Cursewil war bei Steuungen alt, weil ich alt 0 von der Anstellung. Alt Keyboard 0 war Autodrive. Was war? 0 am Keyboard. Gut, Autodrive wollen wir nicht. Wir wollen... Curseplay. ... 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 Verbot... Ja wirklich, ich habe da immer Probleme. Oder ich stelle mich einfach dann. Vielleicht ist es noch doppelt belegt oder so und deswegen funktioniert es nicht immer bei dir. Ja muss ich dann schauen. So wie quasi auch mit dem Balmzähler. Also.. So.. Ja.. seamen Das war mal wirklich mitgenommen. so oder ich kann beide anhängen den krone unten da muss man sich eigentlich erst durch und wächte tasten kommentation kann man machen die nicht belegt ist und ich kann nämlich nicht sagen rechte maustaste das ist das komische egal was seine tast ist drücke macht man das menü wieder aufkommt er hat er kann perfekt er kann das kannst du aktivieren ich hab halt alles eingestellt ja gut auf dem lenkerat und so ja trotzdem muss man einmal alles anstellen hast du das auch immer gemacht so nicht das ist ja am anderen computer schon eigentlich ja dann müsste es ja auch funktionieren weil er übernimmt das also er ändert keine steuerung funktioniert aber leider nicht für dort hat es funktioniert das weiß ich aber das ist ja auch gesagt man muss irgendwas öffnen und nicht das hat nicht funktioniert dann hat es funktioniert aber jetzt geht es wieder nicht weil wenn sie was anderes öffnet hast du es ist quasi doppelt belegt weil sonst würde er das nicht öffnen ja aber ist egal welche belegung ich mache er macht man das menü dann auch wenn ich die tastenkombination drücke ich habe es alles belegt was das ist jetzt will ich mit strg und drei strich was macht er dann auf nix das menü das menü von der tastenkombination drücke ach so man war das schon besetzt war okay nein aber egal ich habe es ich hände es auf ein anderes um auf einmal ist das wieder dass das menü auf macht auf der rechten maustaste haben oder die rechte kann die rechte lasst du mich gar nicht auswählen warum nicht du musst bei maus reichen ja aber lasst du mich nicht da tut sich nichts ich sag mir dass du neu belegen rechte maustaste macht da nichts weder nicht machst du es bei taste 1 oder bei maus rechte maustaste du musst oben hast du taste 1 taste 2 maus die eine taste ist ja das radl quasi man taste 1 ist taste 1 und maus ist für die maus belegen also warte mal ich weiß was du meinst dass ich es beim ver... oh ich bin... ich weiß schon was du meinst ich habe es beim verarschen oh